Hier ist bestimmt der Boss Was geht jetzt wieder los? Ich weiß, heute des Tages Hier ist der Boss Wir werden alle drauf gehen Nein, hier ist er nicht Ich kann nicht beruhigen 17 Ah, 3 Ich kann den Buller automatisieren Warte mal, da ist noch einer 17 Und ist da jemand? Nö Na ja, ich hab's gewusst Da steht er so oben, guck mal hin Da oben ist er, na Gott Die haben wir da noch am schnellsten hin So Er ist eigentlich nur rein Ich bin oben Er ist da Genau wegen sowas geben wir immer drauf Ja Ich könnte ja sagen, du hast angefangen Genau So, wo gehen wir jetzt überhaupt hin? Ja Oh Gott Ähm, hier ist die Spezialmonie Achso Super Es nimmt kein Ende Ja Na gut, das wär jetzt auch ein bisschen bitter gewesen für eine Patrone Ja Aber Ja Hab ich auch gemacht Hm Ja Hm Da oben liegt eine, eine Sparks Hm das war ausnahmsweise man nicht ganz so weit weg scheiß zwinger also wenn du vielleicht gucken dass wir nicht in kreuzfeuer geraten ist ja noch ein gaul und freue ich was meine fresser das ist nicht das war so ein pimmel fischer sind ja schon da ohja, hier, schon gesehen jetzt mal das scheiß Gift, das immer nie so langsam fliegt also einer ist gerade über die Mauer also einer war hier hinten, hat man auch nicht getroffen jetzt da müsst ihr euch rüber ich hab auch Muni mit, falls einer Probleme kriegt mit Muni, Bescheid sagen okay, einmal in den Raum okay genau, wie sie treiben die links im haus sind glaube ich welche irgendwo hier drinnen, ja ah shit hätt ich eigentlich treffen müssen ja ich hab den einem drauf verfehlt, mach mal eine chance da saß einer auf der Treppe hier an der Seite ja und ein zweiter ist ein bisschen weiter rechts gelaufen hier hinten ok er war voll drin im Visier, aber nix also bei mir ist in der Nähe einer, hinter der Mauer hinter der Mauer? warte ich guck mal, ob ich den sehe aber die Waggons waren? ne, ne ich seh nicht nur im Waggon davor hier liegen, ähm mit Blaubauser da ist auch immer rum haben wir hier ja mal ja das war ich noch einer weg hier kann ich schon mal gerne raus gucken da ist eine gaskranade aber es gab noch keinen bounty wechsel ne? ne das ist doch nicht aber lass die ruhig mal sich beschießen gibts mal ein 2 ich mach hinten mal die die das volldruck drunter auch einer auf dem dach oben da ist runter jobst jetzt hier dahinter irgendwo ich musste jetzt hat eine misure ist tot schön auf dem dach jetzt ist ein solo hallo ja von der seite ist nichts zu sehen ich habe einen innenhof habe ich im blick alter wahnsinn hat er den getroffen? ja ja da oben oder was? ja da oben da oben da oben da oben da oben Vielen Dank. Das ist nicht Tote, Jan. Aber hat ihn ordentlich nicht. Von mir war der eben auch schon. Ist tot? Mhm. Geh jetzt mal raus. Hier ist eine... Ist das der Solo-Tip gewesen? Ja, ne? Hier hinten, ja. Könnte der Solo sein. Mhm. Hm, hab ich auch nochmal. Über mir ist einer. Ja. Hier oder hinten ist auch einer. Hm. Ja, das kennt. Bis die Nuden rauskommen. Okay. Ist aufgestanden. Tote. Das müsste jetzt gewesen sein. War ein Bodyshot. Ja, der hat nicht mehr weh. Halt mal, halt mal hier den Vortrag im Auge. Ja. Ich trau mich nicht hoch zu stehen. So steht es hoch. Sind immer noch drin. Mhm. Es reicht's aber. Wenn wir doch mal auf den Stand. Ja. Gibt Kills. Ich hab' nicht zum Anzünden, ey. Ich hätte, aber du weißt auch nicht, ob's da was bringt. Wir grad in der Nähe. Warte mal. Aber wie oft ist der jetzt draufgegangen? Fünfmal oder so? Das müsste er erreichen, oder? Ja, ich würd' sagen, jetzt muss der langsam mal Schluss sein, ne? Ich war jetzt da im Auge, da musst du den immer reiten. Okay. Was setzen's aus, die Brüder? Was laufen jetzt? Ich esse nicht zuletzt, ne? Ja. Ja. Hauptsache der dritte schlägt es hier nicht an. Ja. Ja, da war einer. Einer ist auf jeden Fall hier unten irgendwo, der hat gerade gescannt. Ich hab nicht mehr zum Werfen, scheiße. Ich hab noch eine Dynamitstange. Ist aufstanden. Ist da unten? Ja, schön. Hier ist Stahlkraft. Kommt hier glaube ich gleich links um die Ecke. Hm. Okay. Ah, jetzt hat er ihn aufgerichtet. Aue. Hast du ihn ja, ne? Ja. Am Fenster hier, am Kugloch hier, an der kaputten Wand. Hm. Ja. Pass auf nicht, dass er auf die Kiste ja schießt hinter uns. Wir richten ihn gleich wieder auf, oder? Weiß es nicht. Wir liegen auf jeden Fall zwei hier, ne? Hit. Blutet. Halt. Hm, hat links geholt. Jetzt hab ich denn gar keine Granate mit. Wir müssen schon zünden. Verrückt dich auch nicht. Ich hab sonst immer was dabei. Warte, ich guck mal, wo ist. Unten. Okay. Soll ich die zwei mal anzünden, ja? Joa. Der ist schon, der ist schon ausgebrannt, ja. Genau. Soll dich, da musst du weg gehen, da. Oh, ne. Oh, ne. Wohr mal. Riecht sich irgendwie hier. Ja. Zünd den an, los. Ein bisschen Stress machen hier. Ah, da ist unten. Ja, da ist oben, da ist hier irgendwo. Ja, da ist oben. Aber nett sind. Da, da ist oben. Wenn die Entschärfter fallen oder Steht fallen, ich weiß es gerade nicht. Entschärft. Dann brauchst du irgendwo hinten rauszukommen. Ja, ja. Der kommt hinten ab. Ist auf Blech. Ist auf Blech? Hm. Ich hab die linke Seite hab ich. Ich hab die rechte Seite. Ja, ist hinten, ist hinten. Ganz hinten war was? Ja. Ich hab noch zwei Tudis. Ja, die kann er ja umgehen. So bestimmt abtauernder Typ. Ich meine nicht hier die Treppe unterlaufen, ich stehe in eine Falle hin. Ja. Das läuft auf dem Matsch. Hier unten ist er. Draußen? Ja, draußen. Natürlich trifft er mich. Ich hab nichts mehr zum gucken. Da ist es hier dahinter. Hat hit. Ja. Brauchst du auf die Beine schießen. Ich sehe es nicht. Probier ich, komm ich nicht durch. Endlich, jetzt ist er wieder drin oder was? Vorsicht, Fein. Habt ihr ab. Vorsicht, dann entstehen zwei Pfeilen, ne? Mhm. Überlegen die hat. 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 Ich stell dich auf, dann kannst du reingehen. Rottet, rottet, rottet. Rottet, rottet. Ja. Ja. Nein. Wartet. Noch nicht, noch nicht. Alter. Nicht bewegen. Ah, ja, nichts. Na, erst mal die Lampe aus. So, jetzt kommt er. Kommt er mit bei. Hier liegen noch ein paar. Achso, ich hab Gaia, ihr könnt bis zuerst. Auch Gaia, glaub ich. Äh, ich hab auch Gaia. Da will immer noch die Waffen, ja, Alter. Ich will den looten. Was ist denn das für eine? Achso. Oh, oh, oh. Ich nehm die mit. Ich nehm die mit. Die will ich. Was für eine Loose hält. Ne, ich kann doch irgendwie nichts mehr machen. Keinen Platz mehr. Okay. Da kriegst du normalerweise immer noch Dings, ähm, ein Panzer. Dachtig. Vorsicht, hier ist auch noch eine von Halle. Wo ist alle? Ne, hier ist auch noch einer. Halt. Hallo. Halt, die Looten. Halt, dann. Da hatten schon mal einer. Da hatten schon mal einer, die Loose. So. Ja, dann haben wir zumindest hier unten alles. Ja, komm, dann, dann, dann spreng ich noch die zwei Mieter jetzt weg. Vielleicht noch ein paar schöne Dräte kriegen. Oder auch nicht. Nein, wo ist der eine? Ich muss da auch rein, was? Dann machst du dir erst mal. Ich mach den Modeln aus. Ich hab da so noch einer. Oh, hä. Alter, im Ernst. Die bringt nichts. Die kommt jetzt mal, da kann ich jetzt mal gehe jetzt drauf. Die sah so gleich aus. Äh, ich muss gucken, die haben auch mal so eine kleine Schlock getranzt. Der hat den Schwein lassen, der Lappen Dann kommen auch schon die nächsten Egel angerannt Oder angeschlichen Aber die richten Dreht übrigens Dahinter auch Leider nichts rot-schwarzes Ne, leider Ob gut, ob gut auch Wo war noch die Blaupause hier drin? Oh fuck, wo waren die? Ja, die war da hier Ja, genau, ja Ah ja, mhm, alles klar Es lohnt sich ja doch eins zu sammeln Aber ich glaube, das lohnt sich immer, oder? Die lohnt sich immer, ja Also kriegst du ja immer das, was du nicht hast Ich meine auch wegen, wenn man es nicht überlebt Achso, ja Das bleibt ja dann Das sind glaube ich nur die Handdoller, die verloren gehen, ne? Genau, genau Oh, wer war das? Ich wollte auf den Rahmen schießen Jetzt macht der wieder so'n Scheiß hier Nirgendrum, eh, haben die Scheiß Au, zerbrochen Nein, nein, nein Nein, ich spür da noch Bei mir hättest du dran Irgendwie bin ich vergiftet Hast du auch getroffen? Ich hab genug Riechen gehalten, dass ich wollte, dass ich mich getroffen habe Also die Hälfte der Lebenspunkte sind weg Nanz Mh Bleib mal stehen Also alles, bis du noch vergiftet Ja Ja, bin ich noch Bleib mal stehen Ähm Die sind jetzt ziemlich doof Ich auch Wir sterben Wir sterben Wir sterben Wir lassen zu Komm, wir machen mal nichts und gehen einfach raus Die Duris Einfach rausgehen Könnte noch schief gehen Ich habe keine Muni mehr Irgendwie Unsere selber Ich laufe da mal nicht vorbei Ich laufe da mal nicht vorbei Die haben so Muni weg und jetzt stehen sie am Ausjahr Ja Genau 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 In der Kutter Ja 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 Was ist das, Fils? Was ist das? Was ist das, Fils?